So Leute, da sind wir wieder. Und zwar ich hatte schon mehrfach die Anfragen, was rappelt, was klappert denn da bei dir so alles so um die durch die Gegend, weil andauernd laute Geräusche im Mikrofon kommen. Natürlich unsere Schildkröte, unser Haustier, das sitzt hier gleich neben mir am PC und freut sich dann immer mal wieder mich auch gerne zu sehen. Und dann fängt er auch gerade eigentlich an, rumzuspielern. Jetzt wundert er sich nur, okay, was will der denn schon wieder? Ich hoffe mal, man sieht auch ein bisschen was. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn die Sonne dann immer scheint. Ja, da ist ihm wohl ziemlich warm. Ja, da ist ihm wohl ganz schön. Ja, da war es wieder. Er macht so kleine, leichte Piepgeräusche und rappelt und klappert und räumt sein Aquarium-Terrarium um und ja, natürlich mit Treppe raus für Landgänge. Denn die Schildkröte ist ja gerne auch draußen und sonstig. Leute, ich hoffe mal, es geht hier so ein bisschen vom Bild aus. Ich sehe es ja selber, es spiegelt ja alles hinter mir. Aber so ist es nochmal. Irgendwie muss man ja auch Ehrlichkeit hier ein bisschen im Raum haben. Und ein Haustier braucht das halt. So, also das ist es. Unser Leonardo. So, Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt irgendwas in die Kommentare. Ansonsten danke für Zuschauen. Wer möchte, kann gerne ein Like da lassen oder auch den Kanal abonnieren. Würde mich auch drüber freuen. Und wie gesagt, schreibt gerne mal was rein, was euch so brennt auf der Seele. Ansonsten wisst ihr jetzt, warum ihr bei mir alles rattert und klappert. Weil er die ganzen riesen Steine hier auch umbaut in seinem Becken. Dann, ciao.